ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, LeFly, Dalt Milchheim! Ich spiele weiter, Subtech Ages. Also schon bin ich hier rausgebuddelt, da ist im Loch da unten, da ist die riesige Obsidian direkt in der Eiszone. Und ja, mir ist es aufgefallen, ich habe es heute vergessen. Und viel mich überrascht war ich, was tut das da dann? Das tut das kenn ich gut nicht. Das ist ein rosa Biome, das steht noch auf der Karte, wo abgezogen ist und so. Wie viel mehr wichtig ist, ich habe heute von Funk nie gemäht gehabt. Das tut noch ziemlich naiv, wenn du kennst, ne? Ich sehe, was ich mache. Wir haben von Sarah's Day, die muss gut gehen, wie du noch kein Boss. Und dafür wünsche ich den alten, den nie gemäht. Au, 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 au! Fick dich! Okay, das hat geklappt. Ich habe magische Spöne benutzt, aber es tut mir nur ein wenig gemäht für die Wolle. Ich stehe auch noch mal rein. Ich stehe auch noch mal rein. Merci Stepassist. Für das Heiler. Ja, und ähm, die Bohnen, die haben sich am Funk ganz gut, ne? Und statt nur zu gucken. Das kann ich leider nicht mehr auf den U-Bauers würde machen und schmecken, nicht? Dass dann überall die Wab funktioniert. Also, keine Ahnung. Du musst dich vielleicht verbessern, weil womit kann ich ihn drauf bauen und selber noch bauen, wenn ich will. Ja, das hat auch sein Obstchen. Gut. Wir sehen, wir sind gleich durch. Aber was ist denn hier überlassen, ne? Und das ist doch wirklich richtig cool. Weil das heute noch nicht gesündet kann. Und dann wünsche ich mich leider, bis das Spoiler gelöst wird. Wenn ich nicht, das wäre schon eine Tür gekommen. Ich kann mir die Wäsche, den den auch hier bringen. Ah ja, das ist ein Bus, den ich können können. Und der war anscheinend aber schon dran. Bei dem, ich werde nicht draufwerfen, den ein Bus zu handeln. Das ist echt, ähm, kann ich meinen Hammer reinpacken? Komm mal, geht halt schnell, schnell. Ich würde das in den Block führen, aber für die meine Wunschgift. Okay. Okay. Hey, Dorsen! Wie geht das? Moin! Wo ist denn die Hitbox? Ah, doch. Okay, das ist gut. Und das ist in der Pool. Voilà, ich kriege mal einen riesigen Pickaxe. Das ist genau das, was ich will. Ich kann einfach auch ein riesiges Schwert kriegen. Komm, ich denke, ja. Guck an, wie viel schläfst du? Riesenalbenmilch, du. Das ist so cool, dass du den heute nicht kennen kannst. Aber du kannst natürlich einen Bus nennen, das Melo. Ich kriege ein riesiges Schwert nicht, ne? Hm. Auf jeden Fall, weil hier ist doch ein riesiges Haus mit riesigen Cobblestone. Riesiges Holz. Interessant, ne? Das ist so, wenn du ihn holst. Was ist denn natürlich los, die Sachen? Lass mich nicht. Wie war es, die riesige Pickaxe? Die könnte ich schon denken, ne? Ich kann nur, das tut nicht. Und da kann ich so riesige Cobblestone. Riesige Cobblestone kann ihn umwandeln auf viele sehr Cobblestone. Alles schön und gut. Mit mir gehen wir noch einmal auf. Aber mit diesem riesigen Pickaxe können wir den riesigen Obsidian-Block abschlauen. Ellen August. Das muss ich noch mal raus. Oder auf EchtULA... Kratsche... Mich etwas aus. Guck. ich wollte mir treffen war lob müsste man kommen schon danach vielleicht und ich weiß nicht wie viel davon aufgeht ja wir sehen progresso geht noch viel rund wir können durch die riesen obsidien wenn ich mich noch bewegt dann das wird sich reset ja ich weiß nicht genau wo die blick sind ich will das noch ein bisschen mehr ah ich gesehen wo der blogger ist ok gut moin und er benutzt die trabe die ich gebaut habe mir selbst aufgefallen weil ich schon heute an dem basalt stehen ich bin an dem basalt stehen lief es von und ich habe gemerkt dass von dem moment dünn sehr viel mich schnell zurück kommen sie sich die quantität von mir bei es sind spielte nachfloss ich will gerne anfangen selbst sie den heute block verschwunden lassen nein damit ich will die falsche anfangen von google fragen war das geht schon oder ist kein sturm mehr was der hess so viel gemüt das ist verwirrt aber kennt die anderen direkt What? Hm, ich weiß nicht, dass die Explosion läuft. Das ist komisch, was war das hier? Natürlich... Ich weiß nicht, ob ich viel Schuld verliere durch die Explosion oder durch die Güft hier drinnen. Naja... Boah! Ich schneide dafür, bis das ich dort hervon tun. Denken sie mal weiter. Okay. Und wie ist das schon? Okay. So viele Leute nicht gebracht, ich weiß nicht, ich werde schon drinnen explodiert wird. Oh, da ist ein Hex dran. Mein Hex. Was ist da gespart durch die ganze Zeit rein? Die nervt mich mit mehreren Güften. Ehrlich? Find mich mal. Du hast ihn. Oh Gott, ich habe so viel Blödsinn bei mir. Nein, Packed Ice kann praktisch sein. Dirt, Mossstone. Mossstone kann praktisch sein. Limestone. Die Slabs. Ich weiß nicht, dass die Slabs bei mir hören. Und dann holen wir das Dorn. Das Dorn. Kommen wir gleich einmal hierher an. Gott, wie lange hält dich auf dich aus? Und hier. Oh, nicht so dick. Mal ohne gehören. Was ist das nicht neu? Du kannst mir stecken und du hast den letzten Donut. Ich würde einfach nur den Cinder-Dingern durch. Das ist die 11 von den Dinger, die wir brauchen, für die Map zu machen. Am Anfang, wenn wir los durchgehen. Das kannst du machen. Das kannst du hierherstellen, kannst du hierherstellen, kannst du hierherstellen. Eher davon musst du mal machen. Das hat nur noch gefunden. Alpha Yeti für Hummer. Der Wing of a Sand ist in der Betweenlands. Du musst dich gucken, ob ich nicht einen davon gefunden habe. Ich mag es schon. Ich mag das Waren eh von denen. Oh, das steht an der White Fortress. Okay. Ja, ich mag es sehen. Ich hoffe schon. Ich kann es sehen, dass wir alles hören. Ähm. Ich zweifle vielleicht Schuss und Zweil von ähm. Ich weiß viel. Von den Charms mit mir haben. Ich warte, dass wir eh goldische Können machen. Weil das hier sehr schön sind von dieser Bronze. Pardon, ich weiß nicht wo das hierher kommen ist. Wir müssen ganz ehrlich mal weg. Also ich würde euch mal weisen, für was wir das hier machen. tun. Weil das nur nett ist. Und ich fand das so cool. Twilight Forest 2 ist wirklich schwer, dass es diese Quäste ist. Weil ich vielleicht nicht gewiss bin. Weil ich wollte so, ja okay, das sind aus Dornen. Für was schlägt den sich nicht einfach da durch. Das geschieht, wenn ihn sich da durchschlägt. Sehe ich mal das hart wird sagen. Voilà, das geschieht, wenn ihn sich da durchschlägt. Ja. Das ist nett, dass ihr zurückfasst. Es könnte mich nur. Also, ja, das geht nicht. Das hätte ich nur noch mal machen, mit der Lamb of Cinders. Da so. Bei der Unheil noch. Zack. Und da geht es dich einfach gut hin. Voilà. Am besten Unheil, dann, voilà, schlägt. Je nachher weh für Amfunk halt durchzukommen, dass ich Amfunk durch den Datwerk zu schlägt. Nee, das ist auch die Zaun, ne? Könnte ich nicht verstehen. Boah, ich mache lieber mit Leuten. Ich weiß die Leute, die machen lieber Amfunk Inselblick. Weil in der Neuen verkaufen zu. Ein Symbol 2 weh machen. Schönen dünne weh. Oh, ich hatte gedacht, das wäre ein Block. Ein bisschen trollstehen. Weil das auch eine Weh, ne? Das ist die Juste Amfunk. Da hat was Führung in der Samfunk. Was schlägt mir. Nee. Ich schaue mal, was da ist. Amfunk, ob hier ein Boss ist. Weil das ist richtig. Für hier, zu kommen, muss ich wirklich alle Bosse bekämpft und wo wir durchgegangen sind. Wir haben alle gekämpft bis auf hier. Aber in der Version, wo ich gespielt habe, das war dann so die Version, wo ich gespielt habe. Das war in Sieben Seng. Und ich hatte nicht gedacht, dass Twilight-Fore soll ich euch noch dagegen herankommen. Dafür, ich war überrascht zu sehen, dass sie tatsächlich noch kommen sind. Denn nur um 1.8 Uhr hat sich so viel geändertet und ich habe schon mal gezählt. Niveau Mott. Das ist, dass viel Mott hier stelle, am Anfang auch gar nicht. Und ich war da stark der Meinung, dass ihr eh von denen wer gut abgeholt habt. Twilight lebt so gut gerade. Mein Mann ist halt Flotte, wie viel ran. Ich sehe dann, wenn du schwarze Neu-Judlösche geht, du stirb nicht. Du könnt ihn nicht durchziehen. Äußert schlägt die Wechsel durch das Stehen innen drin. Hier. Dann nehme ich viel. Aber wie du merkst, das tut das praktisch. Das geht auch für Beam. Wenn ich den Busch löschen will, das ist nicht mehr für die Heid und Dornen. Das funktioniert im Allgemeinen für alle Typen von Holz. Ich will gerne in den Nahrgang fahren und zwar. Ich komme ein bisschen herunter. Hm, da sind die Flutronen, ich denke. Ich fand die mir ganz cool. Oh ja, die Musik ist platt. Perfekt. Ich leite dieses durch. Ich freue mich, ich möchte das auch in 3x3 in dem Fall. Ich gucke einfach mal mega normal. Aber das ist alles so hart. Ich brauche die meisten Dinge an. Ich muss jetzt zurückgehen bei meiner Tauchung und gucke den verstoppten Wohl zu finden. Weil wenn ich verstanden habe, wie das funktioniert, den hast du wirklich verstoppte Typen. Die wird wahrscheinlich schon mal in der Mauer sein. Mit der Karte werde ich wahrscheinlich auf der Karte gesehen, dass du Raum hast, wo kein Achse ist. So werde ich den wahrscheinlich rumfangen. Bei der Karte sehe ich schon dir aber schön gut. Und ich habe gesagt, dass du einfach so ein Quadrat hast. Mit KW für an die Quadrate heranzukommen. Denn das ist ziemlich klar, wo es dann ist. Ich hoffe, dass es auch. Und dann schlägt ihn sich halt durch wahrscheinlich die sehr schöne Maze-Block. Die zerschläge bei Säden mehr einfach hart sind dann nicht harvestable. Die habe ich zusammen den sie nicht umfangen, wenn ich sie für die möchte. Und ja. Boah, ich weiß doch nicht nur, wie wir hatten auch selbst den Guntre gekündet. Und ich bin gespannt, ob ich mich nicht einfach so ein bisschen rutsch habe. Weil rutsch leider im Englischen machen. Hier. Ne, aber der Slime-Booter ist nicht so einfach zu kontrollieren, ne? Damit könnt ihr gut rutsch. Oh, da ist dann doch eine Blume. Boah, ist da so die Lash-Dinge. Und wenn ich den Dekütti möchte, geht alles weg. Wird weg. Cool, wenn sie los so eng ist. Wie dagegen wahrscheinlich alles crashen. Und das der Fall ist. Ah. Vor dem Haus. Weil die wird hier nicht benutzt. Wow. Wie interessant da war. Weil ich sehe doch die Dornen-Dinge an mir. Ich sehe nicht viel... Blumen drin. Das ist immer interessant. Das ist schön flottig. Ich kann hier in der Wef hier ran. Ich weiß den Tonnen-Ravens. Aber wenn ich einen Schei flayer kann. Wenn ich einen Schei da nicht mehr flayer kann. Wir brauchen den Halter-Buss eigentlich so nicht zu bekämpfen. Wir Hunde sind da. Wir Hunde sind da. Wir brauchen für uns kommen. Du siehst noch. Moved Blick. Oh, schön. Das ist so magenta rosa. Ich kann sie glückchen auch gehen. Ah. Vielleicht Heu. Indem sie in sich Heu so Ruppschleudern gehen. Was machen wir euch? Ich kann sie gerade mal leben. Ich kann sie gerade meinen Hunger. Oh mein Gott. Das war wirklich. Das ist doch so ein Seriö von mir. Das tut dann. Okay. Ich meine nicht, dass da dann ein Stück packen. Okay. Bleib schon an. Oh nein. Du hast keine mehr Appes, was mich weggeträgt. Das ist komisch. Sieht man, das ist komisch, wie ihr weggeträgt wird. Das ist mir einfach wahrscheinlich mit Flicks zu schaffen, ne? Ich meine dir nicht. Oh. Du gehst weg und weg die ganze Zeit. Ne, ehrlich. Da kann ich nicht rein. Voilà. Darf ein Heu aus? Ne. Heu eigentlich nicht komplett fest. Heu Trollstein. Das ist jetzt hier so keine Benutzung. Zulich ist am Fungern scheinend. Dekorative Blocks in mir. Das ist schrecklich. Oh. Du hast einen Angang. Du hast einen Angang. Du hast einen Angang. Oh. Schön. Heu ist ein Angang. An Heu machen dir Spaß. Meier Kobold. Das ist ja eine schöne Geschichte, ne? Heute Jahr. Bei dem ist es auch sinnvoll, als Informationen zu geben. Und schon noch gesagt. Ein paar Mal sollte ich da zugeschauen. Wir gucken einfach so weit, wie wir können heute noch durch, ne? Wir müssen den nicht fertig machen. Ich finde wir die Interessante zurück. Bis dann an der Surf-Tagrand zu kommen noch. Das war eine gute Aufwärtsung, fand ich. Richtig cool. Wir wollen richtig über die Quest gegangen sein. Das ist echt. An dem sich das heute eine Explorations-Ära genannt und nicht richtig getroffen. Ich fand nicht gut, dass das weiß Blick sind und ein bisschen schimmert. Weil das gibt den richtigen Effekt. Ich fand nicht, dass ich auch großartig verglänze gehen. Das ist ein ganz guter. Okay, du hast hier schon da. Wow, du sahst cool aus. Wow, du vergisst. Wow, du bist so gut. Oh, du bist so gut. Oh, du bist so gut. Oh, du bist so gut. Okay, ich bin froh. Der Griff dauert gar nicht lang. Aber, äh... Ich habe schon etwas falsch gelassen. Nein, also direkt nicht. Er schneidet schon. Oh, du bist der Max. Okay, ich bin da gerne. Mal schauen, weil er das anscheinend spürzt. Was der hell ist das? Träuch der Block da? Harbringer. Okay. Die Kreature haben Smashing nicht da. Sie sind sie. Cool, du kannst mir eine kleine Idee für Werb der Boss im Novi. Interessant. Der geht dabei um den Kreaturen. Der geht durch. Okay, sie besser gehen wir am Schwert, das ist gut, jetzt möchten wir das Toll-Gemeng-Wert darauf. Oh oh, das ist mein One-Piece-Klingel-Ton, ich kann gerade nicht, ich ruf ihn ab, mich bei den. Also, um 10 Minuten, hör mal hier nach. Ah, letztes Jahr-Mengel zu spritzen, wir können mal gucken, was für komische Monster dran dürfen sehen, jesse weiß, wäre ich froh, wenn wir auf die Truhe gehen, mit denen Dinger, die ich leider ein bisschen noch nie benutzt habe, das ist ein bisschen leichter, dafür will ich nicht schon, natürlich, hier können wir ein bisschen Loot sehen, in meiner Meinung nach. Können wir noch weiter jessen, und die Herzen abkriegen. Kobolde, ja, Martina, können wir Braut machen, schon nur drei Stück. Komm mein Enderman, willst du nicht brennen, ne? Wie ist ein Fudelo gelandet? Wow, das ist ein Luchtglitsch, das ist gut. Ah ne, das ist, weil hier über den Obers, okay, das ist kein Glitsch. Komm, gucken wir uns mal, ich kann wissen, die Platz haben. Das ist ein Heischplatz, ein... Oh, ich sehe in den Händen. Das tut noch ein Biom von Tieren. Nice, ich bin so schlecht. Oh, sogar ganz gut. Okay, da geht der Rob. Eigentlich ein guter Platz, aber ich stehe schon fertig. Mit meiner Karte sind schon relativ in der Mitte. Okay, jetzt hier haben wir einen Punkt, der mich einfach so verstrickt. Oh, der tut doch sehr speziell aus. Definitiv sieht der jetzt speziell aus. Ich probier dann trotzdem zu kommen, auf dem DOS mich zu schleudern. Das ist nicht einfach. Ich will richtig Chasen. Und hey, ich meine, nicht... Ja, ich kann nicht ganz einfach zu weit Chasen. Das ist das. Hey, nein, nein, das tut noch das. Oh, das ist das. Da, das Lohlsprung! Alle, du packst nicht! Nein! Ich war so nur drin. Es war da. Okay. Ich will da nicht richtig hoch... ...hina. die musik passt super dazu der letzte schritt wir machen den durchbruch von der w oh ja das hat gesagt genial ist er tun oh mein gott wolle ich verschwunden ich will von der wien auch nie das tut nicht cool das tut nicht genial gebaut ok immer nehmen nach e steiger potato wie der das schmeckt auf die bergte weh moin luiz der grüßung oder wei droppen mal etwas das ging mir schweren ehrlich gesagt hat das dem am schwert vielleicht von dem krämmert an der trieße schwert das wäre cool weil das wird super range du hast das riesig schwer zippa ja giant sword logik sieht man richtig gut aus was hat nun gerade geschieht weil euch so dumm sind das geht rum wir wissen wir im moment sind auf der falschen seite hier da geht er rum ich wollte nämlich schlummisch und eigentlich schnell pausen so für die ultimative thumbnail das ist gerade ein höhepunkt für das herz da kommisch ja voila ein baunt gebaunt ok können wir los so Was war da, oder? Blacker ist der Block? Fahrt! Ich bin doch hier, ich habe so einen Tag, aber ich klinge an, was das ist. Ich habe gesagt, wer da ist, okay. Alle, auf hier runter. Lo, lo geht auch auf hier runter. Hier ist es, ich muss sagen, hier ist es leisein von, ne? Und nicht noch zwei Leute. Hatte ich keine Waffeln für so drei Leute gelost, ne? Ne, das wird ja vom Stande schrauben. Das ist noch ein Ries, du hast ein rosa Raum. Guck mal auf, wenn es ein bisschen Loot ist. Parkour, Area 1, Unique Monsters. Oh ne, das ist hier am Schulter, so wie dem und zwar. So mal nicht, dass der Bus aber noch nicht da ist. Moment. Moment. Ja, ich hätte gern die Pfund. Ja, weil ich jetzt wegrenne, ich würde den, ich würde die zwei Achievements nicht. Hey, hey, hey. So lächerlich. Wo ist das weg? Wo ist das weg? Wo wäfe ich hier ruf? Wolle ich da nie wäbel ruf? Einen go, wie da ist es, ich lösche. Interessanterweise... Guck hängen die Eure da so für an, ne? Ich ging mich schon interessieren zu wissen, was du aneinierst. Aber das geht, Dave. Speziell aus. Forcefields. What? Vater sei. Ich zei, der Kuh ist, dass ich gut geplagt werde, was er heute besonnen hat. Komm schon in Forcefield ran. Ne, nicht so. Und ich gehe für Track & Track. Warte jetzt in die Ruhe, Black, ja. Wird das ja auch nicht dran. Okay. Interessant. Ah, die Scheiße. Geht so weit. Und da hat sie richtig Arschlöscher. Okay, ich muss nur passen, weil es sind hier ja nicht ein komischer Platz. Mit dem Stuff, wo ich eigentlich gekommen bin. Ist das nicht der Moment, den Anfang heute zu spielen. Das ist der Moment zu gehen, wirklich. Für und allem ist das im Keller. Für und allem, was ich nicht essen möchte. Ich finde, ich würde das Monster keinen zu Herzen haben. Hören wir los. Mit jedem Pack, ne? Du gehst zu Herzen. Und dank dem Herzen kann ich den Physiöschen da sehen. Oh ja, ich kann ja überhaupt... Gott, mein Hunger! Ich kann eh Brot machen. Hast du wirklich nicht, wenn ich esse kann? Ne, der Käfer. Ah, man hat die Bohnen. Stimmt, der Self-Tag wird so nicht mehr. Für welche Menge ich keinen Teil habe zu essen. Es nervt mich, dass kein E-Loot da ist. Und ich werde so, heute geht den ultimative Loot. Einfach nicht die geilste Rüstung stecken. Sind schon einfach nur auf den Terrassen. Ist doch ein Schild dran? Nein, das ist auch ganz. Demol zwar heute die Schild, wo so... Ja, heute ist ziemlich Game Over. Ich weiß nicht, ob ich da raus soll, weil das keine Schild mit dir. Ich will, ich will, ich will, dass du da bist, ne? Ehrlich. Ist mir egal. Aber wenn ich sterbe, dann kommt nicht nur ein Versichern. Nein. Das passt, weil das heute immer ein Force-Field war, weil ich das nicht abschließen kann, wenn ich mich nicht hören kann. Ich habe nämlich schon mal gehört, wenn ich jetzt in den Jacker reinkomme. Boah. Alles schön und gut. Gehen wir zurück. Mach gerne mal, wenn das heute ist. Du 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 du.. Glas war doch mal. Voilà. Das war doch auch mal. Aber ja, nächstes Jahr gesehen man ist dann da außen, wir haben Altsachen, wo nötig sind. Ich werde vielleicht einfach den Maze-Breakern suchen oder so. Vielleicht profitieren wir auch von so einem Dungeon richtig proper Idels zu machen, dass wir genug von den Maze-Charms haben, die heute kollegen, wenn du im Moment nach 3 stecken bei bist. Und ja, die Charm of Keeping, das wäre super, wenn wir JEI haben und so weiter. Also JEI, Jays Journeys Map, da geht das alles für mich einfach. Ja, okay, und alle mal fürs Gucken, fürs Reik. Also. Und tschüss! Haha, ich ranne an den Tieren, ich wusste, dass das ging schön. Boah, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich gehe nochmal fürs Reik. Alle, ciao! ... ...